Im Park in Tomsk in Sibirien. Ich dachte nicht, dass er Deutscher ist. Ich dachte, es ist ein anderer. Mein Vater hat immer gesagt, der allerletzte Deutsche, aber kein Russer. Na ja, da war er spazieren gegangen, getanzt ein bisschen. Und er konnte nicht tanzen. Bis heutzutage nicht. Aber getanzt haben wir zusammen, wenn er auch nicht konnte. Und so sind wir dann zusammen gekommen. Drei Jahre haben wir dann, wie man früher gesagt hat, willst du mit mir gehen? Ja, will ich mit ihr gehen. Drei Jahre gegangen. Dann geheiratet, drei fünfzig Jahre. Ui, Zukunft. Noch ein paar Jahre leben zusammen. Und dass kein Krieg wird. Und dass die Kinder alle Arbeit haben. Dass alles klappt. Kinder haben wir vier. Enkelkinder zwölf. Urenkelchen zwanzig. Wir sind stolz darauf, dass wir so viele Kinder und Urenkelchen haben. Unser Rente wird bezahlt. Lass uns ins Eichern. Hier Vielen Dank.